... ist einfach... Hoppla nooo... Hoppla no, hoppla no gooo... Hoppla no, hoppla no gooo... Oh Mann, in Bern fängt die Fasnacht ja erst jetzt an... Auf der Gasse gucken, tanzen, ein Bierchen trinken... Gehe nach Hause, gehe den Hut anlegen, wo ich da drinnen soll... Bei der Reihe habe ich den schon angelegt, aber auch nicht weit frei... Kommen wir nachher wieder und lasst die Zoll raus! Juhuuu! Gehe nach Hause, gehe den Hut anlegen... Und äh, da geht natürlich die Post ab... Und dann geht die Post ab und dann gibt's nichts mehr... Durchziehen! Durchziehen! Vollgas durchziehen! Junge... Sogar die ansonsten so seriösen und professionellen Telebärn-Moderatoren... Lassen sich von der Narrenzeit anstecken... Von dem Trend für Elektro- und Hybridle... Hybdr...lelelelelelele... Excuse... Sorry... Heute bin ich dafür schief, dann... So... Am Tag der Frauen... Das ist gut, ja... Gut... Jetzt muss ich das wirklich zuerst so ein bisschen sacken lassen. Etwas zu tief sacken liess es Fabo Rohrer. Jetzt musst du mich noch zurückstellen. Wohin? Sag ich nichts, dass ich so finde, die Frauen haben das nicht nötig, dass man so eine Show macht. Quizfrage, wer ist heute unser Gast? Erst ein Tipp, er ist, wie Sie sehen, unter der Haube und zwar privat und beruflich und zweiter Tipp, wo er auftaucht, ist Stimmung. Aber so richtig, Party ohne Ende. Die Witze steckt hier übrigens ein Sandy aus Deutschland und das, obwohl er eigentlich aus Deutschland ist. Wissen Sie es? Nooo!